Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Tönes Forst. Die Wohnung wurde 2001 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 85 m². Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 177.500 Euro. Wir freuen uns, sie näher zu informieren.